Hallo, ich bin's Julian und ich begrüße euch zu dem Unboxing vom iPad Air und dem Apple Pencil. Ganz schnell im Hochformat für alle möglichen Plattformen, die es so gibt. Das iPad Air habe ich in der vierten Generation mit 256 GB und Wi-Fi bekommen und dann Apple Pencil der zweiten Generation. Den machen wir jetzt hier erstmal auf, also einmal Folie abziehen und dann den Apple Pencil aus der Verpackung rausholen. In der Verpackung finden wir hier ein bisschen was zum Lesen. Schauen wir mal kurz rein, aber großartig interessiert mich der Quick Start Guide eigentlich nicht. Deswegen einmal Apple Pencil rausgeholt. Schade, dass da noch so eine Folie drum ist, denn ehrlicherweise ist die nicht wirklich nachhaltig und meiner Meinung nach auch eher unnötig. Und wenn schon etwas drum packen, dann doch eher Papier. Ansonsten sieht der Apple Pencil aus wie ein Bleistift, also nicht sonderlich spektakulär. Hier packe ich jetzt dann das iPad Air aus, wie gesagt 256 GB ohne 4G und in der Farbe Blau. Ich habe mich für das iPad Air entschieden, weil das Pro für mich überdimensioniert wäre und das kleinere iPad, also die normale Version, da gefällt mir das Display nicht. Einmal ausgepackt das Gerät und auch dieses ist in einer Folie eingepackt. Einmal kurz die Rückseite angeguckt und dann zur Seite gelegt. Schließlich wollen wir uns doch erst einmal das Zubehör angucken. Das besteht zum größten Teil aus etwas zu lesen, also der Quick Start Guide und für die Fans von Apple gibt es auch noch ein paar Aufkleber dazu. Worüber sich viele freuen werden und auch ich mich gefreut habe, ist das mitgelieferte Netzteil. So ein USB-C-Kabel, das hat man eigentlich standardmäßig zu Hause da. Das 20 Watt Netzteil nicht, zumindest nicht, wenn man sich das iPhone 13 gegönnt oder das iPhone 12 gegönnt hat. Das hier ist das iPad in Blau und ich finde die blaue Farbe etwas zu zurückhaltend. Ich hätte mir da doch etwas knalligere Farbe gewünscht. Ansonsten gefällt mir das iPad eher sehr gut und nachdem man es eingeschaltet hat, ihr seht mich hier übrigens in der Spiegelung, nachdem man es also eingeschaltet hat, dann erleuchtet auch das wunderschöne Display. Das war es von mir, bis zum nächsten Mal, euer Julian von Julians Technik Ecke.